Pferde sind unglaublich faszinierende Lebewesen. Seitdem ich begriffen habe, was die klassische Reitlehre für ein grandioser Schatz ist, komme ich nicht mehr los davon. Ein guter Sitz ist die Basis für alles. Ohne guten Sitz gibt es kein wirklich gutes Reiten. Immer wieder stellt sich Frust ein, weil man nicht weiß, woran es liegt. Obwohl, intuitiv, weiß man es dann doch. Erkennst du dich hier wieder? Willst du das Geheimnis eines guten Sitzes für dich lüften? Dann nimm dir jetzt Zeit und entdecke, wie wir dich dabei unterstützen können, deine reiterlichen Probleme an der Wurzel zu lösen. Und Achtung, klicke nicht gleich auf Kaufen, sondern überzeuge dich zuerst von deinen Vorteilen, dem Bonus-Angebot und den Upgrade-Möglichkeiten. Wir sehen uns im Kurs. Wir sehen uns im Kurs.